Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV Video Wochenschau. Wir haben Prinz Billy den Ersten bei seiner Tour begleitet. Dabei besucht er mit seinem Gefolge Wagenbauer in Neunkirchenförden. Und im Neunkirchener Rathaus haben wir Maria Purtig und Katharina Schulz getroffen. Die beiden erzählen uns dabei etwas über das Migrationsprojekt Wege einer Frau. Kekse backen macht fast jedem Spaß. In diesem Fall schauen wir für die Promenade Buchautorin Jessica Reyes Rodriguez über die Schulter. Die Spanierin, die in Emstetten wohnt, kann aber nicht nur backen, sondern ist außerdem noch Modedesignerin. Beide Komponenten sind in ihrem Buch vereint. Für Fotos der neuen Promenade gab es ein paar Kostproben in der Küchenabteilung vom Möbelhaus Debbeler in Vissbeck. Hier noch ein bisschen mehr Gas beim Lachen. Danke, habe ich. In der Scheune Leihbar in Damme gibt es am Samstag eine Après-Ski-Party. Beginn ist um 20.11 Uhr. Und der VCC gibt seine Prunksitzung auch am Samstag ab 19.30 Uhr im Waldhof in Vechta. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.